Was kannst du heute tun, damit du so stabil bleibst wie dieser Berg? Ganz egal, was draußen passiert, wie du dazu stehst, wie du dich verhältst, ist nur deine Angelegenheit. Deswegen achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu deinen Taten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Ich wünsche dir viel Glück heute.